Also ist es keine Überraschung, dass manche von den Insekten größer sind als andere, aber ein paar von ihnen sind gigantisch. Von grau nahregenden Insekten, welche Tarantin zum Frühstück verspeisen, bis hin zu Albtraum schaffenden Käfern mit Gewichtsproblemen. Wir haben sie dabei, hier kommen die sieben größten Insekten der Welt. Los geht's!